Hallo ihr Sepplinge, zur Kurzinfo zum heutigen Mittwochsupdate in Star Stable Online. Die Aufnahme hier ist schon von gestern Abend, nicht wundern. Ich stehe hier auf den Furgrove-Klippen, denn heute gibt es neue Pfeil, und zwar neue Morgan Horses. Und die werden in Furgrove stehen, deswegen bin ich auch hier oben. Oh, ich freue mich schon so tierisch auf die. Außerdem könnt ihr weiterhin in For Pinta am Strandparty machen und mit Tim abhängen. Und natürlich auch das Strandrennen testen. Auch das gibt es immer noch. Außerdem noch weitere neue Kleidung und ein neues Zaumzeug, ganz, ganz viele neue Sommerstyles. Und der Pferdemarkt ist jetzt auch da, und zwar diesmal am Westkap Fischerdorf. Also ihr Lieben, viel Spaß schon mal mit dem Update, wenn nachher die Server online gehen. Nicht wundern, dass ich es jetzt schon rausgehauen habe. Ich habe mich gestern schon vorbereitet. Okay, dann viel Spaß nachher und bis dann!